Ja, also wir versprechen uns von der Aktion, die wir hier gerade gemeinsam mit dem ADAC durchführen, dass wir ein Stück weit den Schildarbeit in unserer Gemeinde dichten können. Wir hoffen, dass wir damit zu mehr Verkehrssicherheit beitragen können. Wir hoffen auch, dass wir es den Autofahrern leichter machen. Und wir hoffen auch, dass wir unterm Strich für alle eine Win-Win-Situation haben. Wir als Gemeinde können, glaube ich, künftig einiges an Kosten sparen. Untertitelung des ZDF, 2020